Ja, meine lieben Freunde, ich habe ein Paket vom Keller Monika bekommen. Das werde ich jetzt hier mal ganz kurz auspacken. Wir werden uns das mal angucken zusammen. Und ich denke mal, nicht so viel quatschen. Wir legen jetzt los. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, meine lieben Freunde, hier seht ihr mal dieses geile Teil von Alien. Ja, den Roboter kennen wir ja. Ja, damit transportieren sie immer ihre Waren und Raketen und sowas alles. Und hier hat er oben den Alien hat sogar eine Pistole dazu sieht man da. Hier sieht man die Kabel noch, was ich richtig toll finde an der Figur. Und das ist eigentlich so eine Special Edition zum Spiel, glaube ich, das hieß Aliens Colony Marines. Gab es, glaube ich, für die Xbox und die Playstation, wenn ich jetzt da richtig bin. Aber guckt euch das habe ich jetzt mal die Figur, das habe ich jetzt von Keller Monika geschenkt bekommen. Ja, hier haben wir das Alien Egg. Finde ich auch richtig toll. Und es sieht auch richtig klasse aus. Und natürlich ist das Ding von Eagle Mors oder Eagle Mors, wie das auch ausgesprochen wird. Und woran ich das erkannt habe, das werde ich euch gleich hier mal erzählen. Es ist immer so ein kleiner Hintergrund, besonders unten am Sockel. Da sieht man das am besten. Aber ich erzähle das euch gleich jetzt hier nochmal mit einer anderen Figur. Ja, das ist jetzt meine Figur und ich zeige euch mal, warum ich das gesehen habe. Da unten steht nämlich Alien und da sieht man Brett und da sieht man immer diese Nummern. Und daran erkennt man, dass es eine Eagle Mors Figur ist. Ja, dann habe ich hier noch so einen Anstecker von Alien. Den habe ich dann auch noch geschenkt gekriegt von der Keller Monika. Finde ich toll. Den werde ich mir jetzt auch noch zu meiner Alien-Sammlung hinstellen. Und der sieht doch echt niedlich aus. Ja, Keller Monika, ich bedanke mich nochmal für die drei wunderbaren Alien-Sachen. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Unboxing zu machen. Und auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal bei meiner Alien-Sammlung mal ein bisschen umsortieren müssen. Ja, ich muss ja irgendwo ein bisschen Platz finden jetzt, wo ich die super Sachen reinpacken kann. Ja, es hat mich berührt, dass ich von dir sowas schönes Geschenk gekriegt habe. Und ich sage nochmal Dankeschön, Keller Monika. Auf Wiedersehen. Achso, das habe ich schon ganz vergessen. In der Aufregung habe ich schon sehr ganz vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch. Aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und natürlich würde mich freuen, wenn ihr auf Abonnieren drücken würde. Euer Alien Offset. Auf Wiedersehen.